Servus, willkommen zu einem weiteren Video von GYMO. Heute haben wir uns überlegt, wir stellen uns mal vor das Whiteboard und benutzen es auch mal. Normalerweise nehmen wir einfach die Notizen während Meetings auf und für Podcasts haben wir eigentlich ein Studio oben aufgebaut. Aber es gibt generell dieses Stigma, dass man heutzutage nicht mehr weiß, warum man überhaupt noch eine Webseite kauft oder warum man viel Geld in eine gute Webseite investiert. Und da haben wir uns gedacht, wir haben einfach mal ein paar Gründe ausgesucht, die wir jetzt mal erklären wollen und wir legen mal los. Also der allergrößte Grund für uns, einem Kunden eine Webseite zu verkaufen, ist ganz einfach. Der Kunde hat seinen eigenen Platz im Internet. Man kann sich vorstellen, das Internet ist ein riesengroßes Telefonbuch, könnte man fast sagen. In einem Telefonbuch hat man ja damals schon Werbung gekauft oder konnte man Werbung kaufen. Aber die Webseite von der Firma ist einfach nur ein Platz im Internet. Und auf dem Platz kann man als Webseitenbetreiber oder als Firma, die eine Webseite hat, machen, was man will. Das ist diese Individualität, die Kreativität. Je nachdem, was für eine Dienstleistung man hat, gibt es ja eine ganz andere Art und Weise, sich zu präsentieren. Wenn wir also jetzt sagen, wir haben einen Kunden und der will eine Webseite haben, ist es erstmal wichtig, dass wir verstehen, was der Kunde wirklich macht. Und das kann alles Mögliche sein. Wir haben Kunden, die sind eher in die Richtung Influencer unterwegs, die wollen ihre Persönlichkeit stark präsentieren. Da gibt es natürlich auch Kleinunternehmen, die haben eine etwas lokalere Dienstleistung. Es gibt auch große Firmen natürlich und die haben alle Webseiten. Und sobald man weiß, was die Dienstleistung ist, was die essentielle Information ist, die man mit dieser Webseite kommunizieren will, kann man anfangen, eine Webseite zu bauen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum soll man überhaupt eine Webseite bauen, um Influencer weiterzuliefern, wenn man doch kostenlose Accounts auf Social Media machen kann. Und wir haben uns natürlich mit dem Thema stark auseinandergesetzt. Und Social Medians sind nicht das Gleiche wie eine Webseite. Wenn man soziale Medien mit einer Webseite vergleicht, kann man sich das dann eher so vorstellen. Also ich male das jetzt mal mit meinen supercoolen Künsten hier außenrum. Ich bin ja Gott sei Dank kein Designer. Die Webseite ist für uns so eine Art Knotenpunkt in der Mitte. Und wenn man die sozialen Medien betrachtet, hat man eher eine Schnittstelle zur Gesellschaft. Also die Webseite, wie gesagt, in der Mitte und die Gesellschaft wäre dann außen. Und die sozialen Medien sind der Platz oder die Plattform, die vielen Plattformen, auf denen die Leute miteinander interagieren. Das heißt, wir hätten dann hier, keine Ahnung, zum Beispiel mal Facebook. Dann gibt es vielleicht noch Instagram. Hier, ich versuche mal das Icon hier zu zeichnen. Ich glaube, oben links ist der Knopf. Dann gibt es natürlich YouTube. Das ist eine Riesen-Content-Plattform. Da können sehr viele, ja, das wird auch noch klappen, sehr viele Leute ihren Content sehr transparent rüberbringen. Und natürlich gibt es da natürlich noch andere Sachen wie Twitter oder TikTok gibt es inzwischen auch. Also da gibt es noch alles Mögliche. Das Wichtige ist, dass soziale Medien gut darin sind, Informationen weiterzuleiten, aber nicht unbedingt gut darin, den Content zu managen. Also du lädst dann irgendwann einen Haufen Sachen auf deinem Facebook hoch und dann kriegst du die Informationen ins Internet raus, dass du deine Dienstleistung hast, dass du eine Firma bist. Aber du gibst deinen potenziellen Kunden kein Ziel. Als Firma willst du deinen Kunden ein Ziel geben. Du leitest sie durch die sozialen Netzwerke, durch verschiedene Aktionen und Marketingkampagnen zu dir. Und wer du bist, also wo du hingeleitet wirst, das ist die Webseite. Und genau deswegen muss man sich das eher so vorstellen. Also das falsche Bild, das wir früher immer von Kunden bekommen haben oder wo sie gesagt haben, hey, warum wird das denn so gemacht? Das war eher, okay, wir hatten früher mal eine Webseite, die haben wir vor zehn Jahren mal machen lassen und die ist total veraltet und jetzt gibt es soziale Medien. Da hat uns irgendein Praktikant mal einen Facebook-Account gemacht und der Facebook-Account funktioniert einigermaßen gut. Warum brauchen wir überhaupt noch eine Webseite? Und deswegen haben wir diese Art Knotenpunkt-Geschichte entwickelt. Und das Wichtige ist, dieser Knotenpunkt ist nicht nur dafür da, die Interaktion von den sozialen Medien auf die Webseite zu leiten. Wenn man das dann macht, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel diese Interaktion auf einer Webseite leitet, hat man da einen kontrollierten Punkt, von dem man die Daten viel besser aufpassen kann. Also Plattformen wie YouTube, Facebook und Instagram, die geben dir ja schon eine Art Statistik, wie viele Follower hast du, welche Leute klicken mal auf deine Videos, welche Leute klicken Like. Aber das Allercoolste ist, bei einer Webseite, du kannst viel mehr Statistiken raussaugen. Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will wissen, auf welcher Unterseite von meiner Webseite die Leute am meisten Zeit verbracht haben, dann kannst du das machen. Das kannst du mit Instagram nicht. Wenn du auf YouTube unterwegs bist, dann kannst du vielleicht sehen, wie viele Minuten von deinem Video geguckt wurden. Aber du weißt nicht ungefähr, wann die Leute draufgekommen sind oder zu welcher Uhrzeit oder wie alt die Leute sind. YouTube ist in dem Fall jetzt eine Ausnahme, weil die Firma gehört auch Google. Und von Google kann man die meisten Informationen herziehen. Aber wenn du zum Beispiel Facebook hast, dann siehst du natürlich, wie viele Leute interagieren. Aber nur auf der Facebook-Plattform. Und wenn du eine Webseite hast, hast du praktisch eine kleine Version von Facebook, die genau an deinem Unternehmen angepasst ist. Und wenn du darüber Daten sammeln kannst, hast du viel schneller einen viel datalierten Überblick, über wer deine Besuche überhaupt sind. Und das ist natürlich genau der Punkt. Deswegen muss man sich einfach eine Webseite vorstellen wie eine Art zentrale Hub in der Mitte von einem Unternehmen, auf dem alle anderen Plattformen organisiert werden und gemanagt werden. Und genau das bauen wir.